Hallo zusammen und ja, bevor wir loslegen, ich weiß, das kommt genau nach dem Video über die Schlangentitten und ja, dieses Thema dürfte eigentlich niemanden wirklich interessieren, so wie ich das hier behandle, also betrachte dieses Video bitte als eine Diagnose oder einen Hilferuf. Also, worum soll es heute genau gehen? Nun, es geht um Charakterdesign oder um Speziesdesign, um genauer zu sein. Es geht darum, wie ich festlege, wie groß die Brüste bei den verschiedenen Spezies in meinem Setting sein sollten. Ich weiß, ein unheimlich interessantes und weitläufiges Thema. Wenn ich mich gerade nicht irre, besteht der Viewerpool für dieses Video aus Leuten, die sich für Sci-Fi und oder Fantasy interessieren, Leute, die aktiv Worldbuilding betreiben, Leute, die es interessiert, wie groß die Brüste ihrer verschiedenen Spezies sein sollten und Leute, die Zeit und Geld haben, das Ganze irgendwie künstlerisch darzustellen. Also gucken mir gerade vielleicht drei Leute zu. Und ich wundere mich, warum ich keine Views bekomme. Jesus fucking Christ. Aber wie dem auch sei, kurz vorweg, dass hier ist kein wissenschaftliches Rangehen oder irgendwas in der Art, es geht mehr ums Feeling. Also es geht darum, dass ich vermeiden möchte, dass alle meine Spezies Frauen haben, die aussehen wie Bademodenmodels. Und darum möchte ich immer ein gewisses Feeling für die Spezies bekommen. Und dazu gehört die Brustgröße nun mal mit dazu. Und bevor wir loslegen, ein kleiner Disclaimer. Ich möchte nur kurz darauf hinweisen, dass Brüste nicht rein sexuell sind, sondern einfach ein Teil des Körpers. Ihr könnt jeden Vater mit einem Neugeborenen fragen, Brüste verlieren, wenn man sie zu oft sieht, alle sexuellen Aspekte und sind einfach nur noch ein Gefäß, in dem Milch aufbewahrt wird. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass ich dasselbe Level an Detailidiotie für jeden Teil meines Worldbuildings betreibe. Was der Grund sein dürfte, warum ich seit Ewigkeiten an diesem Setting arbeite. Das heißt, ja, ich habe eine ewig lange Erklärung, warum Katzenmenschen kleinere Brüste haben als Minotaurinnen. Aber ich habe auch 10 Stunden Nachforschung darüber betrieben, wie groß die verschiedenen Armeen in der Antike und im Mittelalter waren und warum die so groß waren. Also, ja, überlegt, wie viel von diesem Video ihr für euer Worldbuilding wirklich braucht. Okay, fangen wir an. In der echten Welt gibt es einen ganzen Haufen an Faktoren, die über die Brustgröße entscheiden. Genotyp, Phänotyp, Ernährung, Hormone, Körperfettanteil und so weiter und so fort, das ganze Zeug. Aber ich möchte das für mich selber so einfach und klar wie möglich halten. Wie gesagt, es ist nicht wissenschaftlich, es ist mehr so eine Gefühlsache. Das heißt, ich limitiere mich auf vier Faktoren, was die Brustgröße angeht. Die Spezies, der Lebensstil, der Körperfettanteil und die Art der Fortbewegung. Das mag jetzt ein bisschen seltsam klingen, aber lass mich erklären. Die Spezies ist ausschlaggebend darüber, ob die Spezies überhaupt Brüste hat. Das heißt, ja, Säugetiere haben Brüste, Pseudosäugetiere wie Schnabeltiere kann man darüber diskutieren. Je nachdem, wie der Rest vom Design ist, können die auch Brüste haben. Aber Spezies, die in solche Schubladen fallen wie Reptilien, Vögel oder Weichtiere, haben bei mir generell keine Brüste. Und wenn ich irgendeine tierische Vorlage habe, also zum Beispiel Katzen für Löwenmenschen, orientiere ich mich zu einem gewissen Grad daran, wie das Ganze in der Natur auftritt. Also als offensichtliches Beispiel, Kühe haben während des Stillens ein sehr offensichtliches Euter und Katzen inklusive Großkatzen haben sowas eben nicht. Beim Lebensstil geht es allgemein darum, ob eine große Brust hinderlich wäre oder nicht. Das heißt, wenn ich eine sehr kriegerische Kultur habe, in der jeder durchgängig kämpfen muss, sind unheimlich große Brüste mehr oder weniger im Weg. Wenn ich eine recht friedliche, sesshafte Kultur habe, dann sind große Brüste kein Problem. Wenn ich eine Kultur habe, die mehr oder weniger konstanten Zugang zu Nahrung hat, also die erfolgreich Landwirtschaft betreibt, sind große Brüste wahrscheinlicher, als wenn ich eine normalische Kultur habe, die zwar stetig unterwegs ist, aber nicht immer verlässlich Nahrung finden kann. Und so weiter und so weiter. Der Körperfettanteil dürfte recht selbsterklärend sein. Hat die Spezies relativ hohen Körperfettanteil, entweder aufgrund der Lebensart oder eben aufgrund der Biologie der Spezies, ist es wahrscheinlicher, dass sich Fett in den Brüsten ablagert. Darum, desto mehr Körperfett, desto größer sind die Brüste wahrscheinlich auch. Und eben andersrum, wenn der Körper so gut wie kein Fett hat, kann sich auch nichts in den Brüsten ablagern, darum sind die verhältnismäßig klein. Wie gesagt, das ist keine feste Wissenschaft, es ist einfach Pi mal Daumen. Bei der Art der Fortbewegung gibt es einmal harte Limits, also zum Beispiel fliegende Spezies müssen automatisch kleine Brüste haben, wenn sie die denn haben, einfach weil große Brüste nicht aerodynamisch sind. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass eine fliegende Spezies große Brüste entwickeln würde. Und auf der anderen Seite, wenn wir etwas haben, wie zum Beispiel eine Wildkatze, oder etwas, das sich bewegt wie eine Wildkatze, also sehr grazil mit viel Klettern und Hüpfen und sonstigem Käse, ist es wahrscheinlicher, dass der Körper sehr stromlinienförmig gebaut ist, also große Brüste wären hier auch wieder hinderlich. Auf der anderen Seite, wenn ich sehr große und gemächliche Spezies habe, die sich recht langsam und stetig fortbewegen, dann steht großen Brüsten nichts im Weg. Sie sind nicht unbedingt vorteilhaft, aber sie werden nicht an der Existenz gehindert. Ich weiß, das war jetzt relativ trocken und theoretisch, also möchte ich eben ein, zwei Beispiele bringen, wie ich das Ganze bei mir umgesetzt habe, und wie ihr das Ganze umsetzen könnt. Fangen wir mal mit der Fantasy Blanco Spezies an, die Menschen. Bei Menschen haben wir eine Skala von AA bis F, die in einer Bell Curve verteilt sind. Das heißt, die meisten Frauen haben eine Körbchengröße, die irgendwo in der Mitte der Skala ist, und von da aus bewegt sich die Kurve nach außen. Es gibt immer weniger und weniger Beispiele, bis man dann bei den beiden Extremen ankommt. Ich habe einfach die Einteilung von AA bis F genommen, weil das in Anführungsstrichen die realistischsten Brustgrößen sind, die ich finden konnte. Wir haben keinen kleineren numerischen Wert, also AA, und Brüste, die größer als F sind, sind entweder in der Regel operiert, oder es sind sehr, sehr seltene Fälle. Sie können auftreten, aber sind statistisch, zumindest für meine Zwecke, nicht wirklich relevant. Ich glaube, ich bin der einzige YouTuber, der die Worte statistisch relevant in einem Video über Fantasy-Titten benutzt hat. Meine Fresse, was war ich mit meinem Leben? Allerdings kann sich diese Kurve wegen den Faktoren, die wir vorhin besprochen haben, verschieben. Wenn wir beispielsweise eine nomadische Kultur haben, die nicht immer garantierten Zugang zu Nahrungsmitteln hat, und dauerhaft auf Reisen ist, sind aufgrund der Ernährung und der dauerhaften Bewegung kleinere Brüste wahrscheinlich. Und wenn wir eine sesshafte Kultur in einer sehr kalten Region haben, ist es wahrscheinlich, dass die Leute mehr Körperfett ansetzen werden, um sich zu isolieren. Darum sind hier wiederum größere Brüste wahrscheinlich. Das heißt, auch bei Menschen gibt es eine gewisse Variation, aber sie ist weniger extrem als bei anderen Spezies. Wenn wir zum Beispiel von Löwenmenschen reden, haben wir zum einen eine komplett andere Spezies, wir haben eine sehr andere Lebensart, der Anteil und die Verteilung von Körperfett ist anders als bei Menschen, und wir haben eine sehr viel grazilere und schnellere Art, sich zu bewegen. Was wiederum dazu führt, dass die Brustgröße irgendwo zwischen Doppel-A und B rangiert. Bei Elefantenmenschen haben wir wiederum das komplette Gegenteil. Wir haben eine Spezies, die auf sehr großen Säugetieren basiert, die sesshaft ist in meinem Setting, die relativ viel Körperfett hat und die sich sehr langsam und gemächlich bewegen. Das heißt, hier rangiert man irgendwo zwischen D bis F, was die Körbchengröße angeht. Und bei einigen Extremfällen wie Fledermäusen ist man natürlich irgendwo zwischen Doppel-A und eventuell kleinen B-Körbchen, einfach weil man, was den Flug angeht, auf aerodynamisches Design achten muss. Natürlich sind diese Angaben nicht in Stein gemeißelt. Wie wir bei den Menschen gesehen haben, kann sich diese Kurve verschieben, wenn sich Lebensumstände ändern. Das heißt, wenn nomadische Kulturen sesshaft werden, oder wenn Mitglieder einer Spezies in anderen Kulturen aufwachsen, oder wenn sie in anderen Biomen aufwachsen, oder was auch immer, ändern sich die grundlegenden Faktoren, mit denen wir arbeiten, und darum verändern sich auch die Brustgröße. Und wie am Anfang schon erwähnt, ich habe denselben unnötigen Detailgrad in all meinem Worldbuilding. Das heißt, diese Regeln beziehen sich nicht nur auf Brüste, sondern auf eigentlich alles, was die physischen Attribute der verschiedenen Spezies angeht. Wenn man sich überlegt, was sind die biologischen Grundlagen, was ist die Lebensart, was ist der normale Körperfett- oder Muskelanteil, der daraus resultieren würde, und wie ist die Art der Fortbewegung, hat man eine Grundstruktur, mit der man das Design deutlich einheitlicher und deutlich in Anführungsstrichen realistischer machen kann. Fliegende Spezies verlassen sich primär auf ihre Flügel, was die Fortbewegung angeht, Also müssten die Areale, die die Flügel und das Fliegen unterstützen, sehr muskulös sein, während der Rest vom Körper relativ stromlinienförmig gebaut sein sollte. Eine Spezies, die in einem sehr kalten Gebiet wohnt, müsste eine Möglichkeit haben, sich zu isolieren. Also müssten Mitglieder dieser Spezies entweder irgendeine Form von Pelz haben, der es isoliert, oder eine wärmende Fettschicht, oder auch beides. Eine Spezies, die aus welchen Gründen auch immer in der Nähe von Vulkanen wohnt, sollte eine gewisse Resistenz entwickeln, gegen Hitze und gegen giftige Dämpfe, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Das heißt, im Grunde war dieses Video einfach nur wie designe ich Spezies, oder wie designe ich Grundlagen für Spezies, verpackt in einem interessanten Videotitel mit Brüsten, den niemand sich anschauen wird. Ich bin ein verficktes Genie.